So, und jetzt sind wir wieder da. Wir haben schon gechillt. Ah, ja. Ja. Okay, ja. Okay, ich hab gewonnen. Ah, willst du noch was? Oh Gott, der brennt. Ja, passt. Das find ich cool. So, ich schätze mal die Typen da hinten. Die sind eher das Gegenteil von meinen Feinden. Hey Leute. Steht ihr wieder auf? Ihr seid frei. Hallo? Na gut. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich... Gut, dann halt nicht. Ich mein, solange ich euch nicht wieder irgendwelche tollen Vorräte geben muss wie 20... Oh, scheiße. Okay. Also, das war ich nicht. Na gut. Wir sind wieder hier. Also, nicht wieder. Oh, fuck. Shoot all you want. I'm bulletproof. Ich bin ja so richtig Hammer jetzt. Stimmt, ich trage die Kugelsicherer, Vestat. Und in Wiederholung... Ich mein, Wiederholung trage ich nicht, aber die habe ich jetzt gefunden. Ich bin bulletproof. Ja, ja. Deine Mutter ist das Kugelsicherer. Haben wir ja gesehen. Pfeil ins Gefrisse. Au! Nein! Nicht die Knarre! Also, wirfst du die weg, du Depp! Wissen, mein! Warum muss ich eigentlich wieder meine Schutzweste? Jawoll! Da haben wir wieder was. Und wieder ein Pfeil. Ich will mehr Pfeil haben. Ich hätte ja nicht, glaube ich, auch mit dem Messer problemlos erledigen können, aber ich mag Bögen. Warte mal, lebst du etwa noch? Ne, dann lebt wir mal. Ey, nicht, ich will ihn mich jetzt wirklich nicht allein lassen. Ich bin ja kein Arsch. Quarantine, keep out. Hallo? Wer seufzt da noch so? Ne, da ist nix. Ja, wüsst du noch. Ist das jetzt meine Schuld? Hier. Bodypooper. Okay, nein. Okay. Schiff ist ja überladen, bis zum Gehen nicht mehr. Teil jetzt noch immer noch die coole Reste? Schutz, das sieht so aus, ja. Die ist nur leicht beschädigt. Ausgezeichnet. Okay, hier geht's auch nicht... Okay, wir gehen ja schon. Na, ich meine, es geht sicher. Ja, der ist dort. Alter, drei Schuss! Mein zweithöchstes. Ich meine, vier Schuss war, glaube ich, das höchste, was ich bisher hatte. Und die habe ich dann auch sehr schnell verloren wieder. Okay, wieder schön die Waffe wechseln. Schon gechillt. Äh, nein. Weniger laufen, mehr schleichen. Okay, da ist niemand. Gib dir nur zwei Reaktionen auf mich. Hey, du. Alter, was machst du hier oben? Oder... Töte den! Ja, oder... Hey, verpiss dich einfach nur. Cool, ich habe was gefunden. Ah, ich check hier noch alles ab. Wer weiß, was passiert, wenn ich das Ding aufsammel. Malerweise bedeutet, so ein Ding immer aufzusammeln, immer so wie die Hölle losbrechen. Was zur Hölle? Ist das normal? Dass die Türen so schließen? Was ist das denn? Au! Du hast es gefragt. Hey, warte, warte, warte! Ja, ja, ja! Alter, er hat mich echt erschocken. Er ist dann nicht mal die Zeit, hier richtig zu zielen. Aber wie macht er das Vernünftigste und hockt sich einfach nieder. Obwohl ich hier hätte die hier auch wegtreiben können. Da ist eine schöne Schlucht. Okay, ähm... Ich glaube, ich werde da jetzt mal gleich irgendwas nehmen. Was habe ich denn eigentlich hier noch so? Das bringt mir einen Scheiß. Das möchte ich ja exakt ungern verbrauchen. Das möchte ich wirklich nur im allerallerallerbösten Notfall essen. Äh... Das bringt zwar viel essen, etwas. Ähm... Bleiben wir erst mal. Nein! Dreib nach unten. Oh Gott. Wir können dich sehen. Wie kann ich mich wiederholen? Halt! Halt! Ja! Ja! Bitte mich aber... Gott! Okay, da ist schon wieder jemand. Moment. Ich muss schon wieder irgendein Opfer helfen, oder? Au! Mixer. Okay. Ich bin eindeutig jetzt... Oh, Schmerzmittel. Ja. Ja, ich glaube nicht nur das zweite besaugen wir gleich. Ich will wissen, wer da hustet! Hallo? Bist du krank? Geht's dir gut? Ich hab'n Peene... Ich meine... Erste Hilfe-Kit. Warte mal, vielleicht muss ich mich ducken, um durchzugehen einfach. Alter? Hä? Hä? Soll ich mal was wagen, was ich grade plane? Alter Schwede! Okay, nein, das kann ich... Kann ich sowieso problemlos machen. Okay, hab' ich nicht gewusst. Gut, dann mal wage ich jetzt das, was ich wagen möchte und geh' da jetzt einfach hin. Und hoffe, es ist kein Typ, der mich abknallt, aber so wie der klingt... Was geht? Was geht? Was braucht's denn? Geben wir ihm weiter. Geben wir das. Okay. Okay. Ja, kann ich denen auch noch helfen? Ne, so ist anscheinend, dass ich den Typen schon geholfen habe. Das ist anscheinend gut genug. Gut, dann heißt es... Back... Back to Henry. Henry Ford. Henry Fonda. Todessterne. Waffe. Komm! Waffe! Ja! Nein, ich wollte ihn doch nicht unterstoßen! Der Typ hat doch schon da hinten geschehen! Okay, okay, jetzt sind wir... Ah, jetzt kann ich aber wieder einiges gut machen. Oh, yeah! Boah! Und! Oh, Alter, wie ich immer so ruhig werde, wenn ich gegen die kämpfe! Ausgezeichnet. So wollten wir das. Okay. Oh, ja, warte. Oh, das kostet mich Ausdauer, den zu erledigen?! Also, mir würde das eher Vergnügen bringen, so'n Schwein zu erledigen. Was ist das? Hey, du! Oh! No more messing around! Please don't kill me! No problem! Please! Please! Back off! Okay! Stepping back! Ich kann hier da nicht runtertreten, oder? Und das Schwein hat wieder die scheiß Pistole runtergeworfen, was hast du? Oh, Schmerzmittel. Der schmeißt seine Pistole gerne nach unten, kommt mir vor. Nein, rüber! Alter Schwede! Dass mir die ganze Action hier abgeht. Aber wenigstens habe ich diesmal keinen einzigen Treffer kassiert. Was? Klar. Soll ich dich töten? Wie geht's dem da? Ah, nicht besonders. Wir hatten Cholera-Cases auf dem Boot für ein paar Wochen. Ich kann nicht glauben, dass sie uns hier quarantinieren. Ja, dann gebe ich dir ein bisschen ne... Na ja... Also gut, wo waren wir jetzt? Ähm... Dass ich jetzt hier alles... Gott, ich hab grad schon Schritte. Ich bin jetzt schon... werd schon paranoid hier. Gott. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das Ding entspanne. Okay. So geht auch. Gott sei Dank. Wo ist denn das hingeflogen? Okay, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich machen soll. Lauf! Lauf! Kass' das! Auf jeden Fall. Immer diese Spanier Au, das wollte ich absolut nicht Komm, komm Ja, ja Gott Jetzt gehen wir Aha, okay Kann ich da die Klette, ja die Klette Nein, ich will töten aus irgendeinem Grund Das Spiel heißt I'm alive and they are dead Bei der Untertitel Das bin ich mir ganz sicher Okay Oh Gott, was mach ich hier nur Okay Also ich garantiere euch eins Wenn da jetzt keine Wenn da kein Schuss jetzt drin ist Dann rast ich aus Oh Gott sei Dank So hat es sich wirklich gelohnt Ja, ja Fünf Schuss Alter Schwede Neuer Rekord Und ja Ähm Nehmen wir mal wieder mal die Schmerzen So wie oft haben wir das jetzt schon gemacht Das Gute ist wenigstens, dass ich Dingens nicht verliere Ähm Ähm, meine Wiederholungen nicht verliere Weil ich dem immer helfe Oh Gott Ja, nehmt meine Trinklösung Alter, ich meine ich hab schon von der Hälfte aller Opfer geholfen Das ist mal cool Bin schön ziemlich gut, muss ich sagen Okay Ja, ich will nur meinen Scheißpfeil haben Ich will dir nichts tun I don't give a fucking damn Natürlich, ich will dir nichts tun, weißt du Während er auf mich zuläuft Fuck you, asshole Okay 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 Okay, ich glaube, ich muss den töten. Ja, ich hatte eigentlich nicht vor, den wirklich umzubringen, aber ich hatte keine andere Wahl. Ja, ja. Oh, nein, nein. Okay, jetzt muss ich das so machen. Jawohl! Oh Gott, ich liebe diese Panzerwesten. Also gut, ich habe einen Schuss verbraucht, aber das muss da einfach sein. Ich hatte keine andere Wahl. Alles andere wäre mir zu anstrengend geworden. Und jetzt weiß ich noch, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Jetzt geht es nach Henry, aber wo ich noch was nachschauen werde. Auch wenn es mich Zeit kostet, aber ich muss es probieren. Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Wie gesagt, das Spiel heißt I'm Alive, they are dead. Ja, wie lange willst du noch gegen die Wand laufen? Trottel. Ah, fuck. Ich meine, vier Schuss. Vier Schuss sind auf jeden Fall gut. Ich meine, ey, bei manchen Pistolen ist das bald schon ein Magazin. Nein, weil da jetzt gerade die Eck schneiden muss ich, weil ich die ganze Zeit gelaufen bin, oder was? Ah, jetzt sind wir richtig da, wo ich hin will. Ach, ein, zwei, vier, fünf, sieben. Oh, danke. Was haben wir hier? Lass mich raten, das könnte ich mir... Nein, das kann ich mir auch so nehmen. Oh nein, bitte, nicht diejenigen. Ich brauche sie. Okay, nein, nein. Ich, ich, ich... ...nehme nur, was mir keinen Ärger bringt, aber... ...was ich meine, ich gebe ja auch gerne, also da werde ich das jetzt auch dem das nicht wegnehmen. Aber hey, danke trotzdem. Ich meine, nee, dass mir einfach sowas einmal gibt, das ist auch selten. Es hat sich gelohnt, hier runterzukommen. Ich sage nur, merci beaucoup. So seien Sie, was ich wirklich am Französisch kann. Und, ey, warte mal. Qui a coupé le fromage? Wer hat den Käse geschnitten? Qui a coupé le fromage? Okay. Dann nehmen wir das jetzt ab. Spanisch mit Craner. Nein, French mit Craner. Entschuldigung, ja. Gut, und ich würde einfach sagen, wir sehen uns bei Henry wieder, weil ich weiß nicht, lohnt es sich nicht wirklich, mich dazu zuzusehen, wie ich einfach den Weg zurückgehe. Bis zum nächsten Part. Später, morgen, whatever.